Hey, kommst du heute auch auf die Party? Ihr habt's gehört. Wollen wir heute auf die Party gehen? Au ja, ich kann's kaum erwarten, mir den Bauch vollzuschlagen. Das ist ja mal wieder typisch. Bietet man dir den kleinen Finger, nimmst du gleich die ganze Hand. Zum Glück habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und solange du nur ans Essen denkst, gehen wir nirgendwo hin. Pah, elender Langweiler. Leute, Leute, hier geht es doch nicht nur ums Essen. Da, du hast die Vernunft gehört. Lass uns lieber ein paar Mädels aufreißen. Nein, 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 wir stehen über solchen Dingen. Nun mach mal halblang. Es ist doch ganz natürlich, Beziehungen einzugehen und neue Leute kennenzulernen. Trotzdem sollten wir uns nicht ausschließlich von unseren Trieben leiten lassen. Wir ergeben uns also der Feigheit und überlassen der Konkurrenz das Feld? Nein, das wollte ich damit nicht. Niemals! Wir sind nicht feige. Wir werden alle anderen übertrumpfen. So hört mir doch. Ja, so ist es gut. Gib dich den Zorn hin. Ziehe Kraft aus deiner Aggression und... genug! Möget ihr beide euch wohl endlich besinnen. Wir brauchen endlich eine Antwort. Also passt auf. Wir gehen auf die Party, benehmen uns angemessen und wenn es die Situation erlaubt, gehen wir einen Schritt weiter. Stimmen damit alle überein? Gut. Moment! Wir gehen nur, wenn ich mich volllaufen lassen darf. Nein, nein, nein! Aber! Aber! Und wenn ich mich volllaufen darf. Aber! 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 Bist du! Bist du! Bist du! Bist du! Bist du! Du. Aber! Bist du! Bist du! Bist du! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020